So, starten wir mal ganz kurz eine Analyse vom Euro, nee vom DAX, sorry. Wir hatten ja nur Zeit aufgrund der Grippe, vielleicht hört man das ja auch noch an der Stimme, dass wir uns mal intensiv damit befasst haben, was kommt. Wir bewegen uns ja hier in einem Level bei 10.2, die 10.250, die wir angepeilt hatten, hat er noch nicht geholt. Jetzt haben wir uns mal intensiv damit befasst, was passiert hier eigentlich regelmäßig immer wieder. Gucken wir mal ganz oben, 12.2 war mal angepeilt, dann hat er hier diesen Wendepunkt gemacht. Da hieß es schon, jetzt geht es bergab, ganz kurz nochmal oben raus, um dann Richtung Süden zu gehen. Hier die Korrektur, Korrekturende, angetäuscht, angefangen zu laufen, um vorher mit einem Spike nochmal alles abzurollen, was da oben drüber ist. Bewegung, Korrektur, gleiche Spielen grün, schön die Shorties in den Markt, Stops oben drüber, bup, abgefischt, auf ging's. Das klammer ich mal ein bisschen aus, weil wir da die Griechenland-Krise hatten, wo es ja eh hin und her ging. Gehen wir wieder auf die kleinere Fläche, da ein Hoch, Umkehr, bup, kurzes Spike nach oben, ab ging's. Hier genau das gleiche, ein Hoch markiert, markantes Hoch bei 11.6, 11.650, wer sich erinnert, war ein markantes Hoch, mit einem Spike hoch, bup, ab ging's. Gleiches Spiel, abgeschmiert, hoch, bup, hier noch ein paar Limits in den Markt geholt und dann mit einem Spike das ganze Ding beendet, alles abgefischt bis zur 10.5, ab ging's. Jetzt sind wir in der gleichen Situation, hoch markiert bei 10.2, 10.250 war angesagt, 10.2 hat er gemacht, schön die Shorties in den Markt geholt, hier drunter noch ein neues Tief gemacht, um gestern hier nach oben zu marschieren. Was passiert jetzt? Entweder gehen wir hier jetzt durch und haben hier eine ganz saubere Aufwärtstrenddefinition, wir laufen wieder hoch in diesem Bereich 10.5, wenn nicht sogar 10.650 an dieses alte Level oder wir machen das gleiche Spiel, durchspiken, wahrscheinlich bis 10.250, Stops holen, um dann abzumarschieren und neue Jahrestiefs zu machen, wenn nicht sogar die 8.3. Auf jeden Fall rückt hier drunter unter der 9.8, 9.8, 9.9, sowas in diesem Bereich, rückt hier unten dieses Level wieder in den näheren Fokus. Mehr dazu nächste Woche in den Webinaren am Dienstag, Mittwoch früh, wenn wir wieder fit sind und alles normal ist. In diesem Sinne, schönes Wochenende, euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss und moin moin.